soja vielen dank für die freundliche begrüßung ich kämpfe momentan hier kämpfen wir noch mit mit diesem teil diesem apple computer der mir zuletzt sehr viele probleme bereitet mehr als ich das eigentlich so gewohnt bin aber ihr erkennt den monitor auch gar nicht macht kann magst du dann rumfrickeln super vielen dank ja erst mal ganz herzlichen dank für die freundliche begrüßung schön dass ihr da seid schön dass ich eingeladen wurde und ja ich denke ich bin mal gespannt auf euer feedback weil das war auch ein grund warum ich hierher gekommen bin um da müssen zu berichten über die versuche ja mit podcasting das auch nachhaltig zu finanzieren ich fange einfach mal an in der hoffnung dass das da irgendwann mal dass wir das auch zum laufen kriegen und der mac da wie das ding findet also der hintergrund ist folgender ich bin seit 20 jahren journalist beim öffentlich rechtlichen rundfunk und habe seit 2005 mache ich podcasts und habe das mehr oder weniger als hobby betrieben da kam nie groß geld rein dann haben wir vor einigen jahren versucht den sender zu gründen das war habt ihr vielleicht auch einige von euch mitbekommen das war der versuch so die große vision hinzulegen mit ein paar kollegen über so einen unabhängigen genossenschaftlichen sender das ding ist gegen die wand gefahren das hat nicht funktioniert aus diversen gründen aber eine lehre davon die ich da mitgenommen habe war ich persönlich für mich zumindest muss aber solche projekte organisch entwickeln also ich kann nicht hingehen und sagen wir hätten gerne irgendeine absurde summe geld für ein produkt was dann vielleicht irgendwann mal kommt sondern ich muss ideen die ich habe peu a peu entwickeln und die kernidee und die 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 mir am meisten am herzen lag war eben diese idee eines wöchentlichen politischen podcasts einfach aus der idee heraus klar vorbilder in den usa kennt ihr alle gibt es jede menge ich fand in deutschland gab es da relativ wenig aus meinem journalistischen background hatte ich immer den den impuls so dieses medium podcast den reize und vorzüge ihr alle kennt zu verbinden mit seiner journalistischen herangehensweise und an journalistischen anspruch und an journalistischen handwerk weil ich das jetzt für mich beklamiere heißt das nicht dass das andere nicht auch machen aber mir ist das halt besonders wichtig gewesen und so kam halt die idee zu dieser lage der nation zu diesem wöchentlichen politischen podcast also einmal in der woche zusammensetzen das format ist jetzt nicht furchtbar originell ulf burmeyer und ich erst richter am landgericht und jetzt am verfassungsgerichtshof in berlin abgeordnet und ich eben als journalist und wir hatten erst nach anderen gästen gesucht und nach mehreren mitstreitern und runden und interviews und so und haben dann am ende gesagt du pass mal auf wir machen das jetzt einfach wie man das halt so macht und das hat relativ gut funktioniert und funktioniert auch ziemlich gut wir haben jetzt so nach dem pot love analytics download statistiken so nach vier wochen irgendwie 70 80 tausend downloads und genau deswegen wollte ich mal ein bisschen auch erzählen wie wir das so finanzieren denn das war von anfang an also mir total klar und das habe ich auch von anfang an in der in den ersten sendungen gesagt ich mache dieses projekt weil es mir spaß macht weil es mir am herzen liegt aber ich will auch rausfinden ob es geht ein journalistisches projekt unabhängig von irgendjemandem in eigener regie nachhaltig zu finanzieren und wie wir das versuchen das kann ich euch gleich ein bisschen zeigen was heißt nachhaltig finanzieren nachhaltig finanzieren heißt dass natürlich die kosten gedeckt sind dass wir aber auch unsere arbeit bezahlt bekommen dass wir auch leute anstellen können das haben wir jetzt auch gemacht wir haben sie nicht festangestellt aber auf minijobbasis quasi beschäftigt zwei leute die lehrer und die chiara die lehrer macht quasi jetzt so ein bisschen auslandsrecherche studiert in oxford studiert hat sich bei uns gemeldet und wir waren auf diesen auslandsthemen immer so ein bisschen schwach und da haben wir sie jetzt auf honorarbasis quasi beschäftigt und die chiara hat ein praktikum bei uns gemacht die ist 17 hat ein abitur gemacht gerade und hat erstmal den instagram kanal auf vordermann gebracht der übrigens recht interessantes medium für podcaster ist finde ich da kann man später auch noch mal was darüber erzählen aber vielleicht nicht in diesem rahmen und die macht jetzt quasi so ein bisschen social media quasi unsere online ein bisschen vermarktung von den audios und produktionsassistenten quasi für diese ganzen publishing und production seite das übernimmt sie immer mehr und mehr und solche leute und plus dass ich halt sehe diese lage als nukleus für weitere projekte also ich habe natürlich gibt natürlich tausend ideen wie man ausgehend von dieser politischen analyse einmal in der woche ulf und ich mehr oder weniger im duett im dialog wie man davon wie man das ausbauen und wachsen könnte mit neuen formaten mit mehr recherche vor allen dingen wir nehmen ja bisher in erster linie dankeschön habe ich auch diese notes kannst du mir diese ah ok gut dann improvisiere ich ein bisschen genau das ist der ulf ulf burmeier wir nehmen wir das ja auch kennt alle so mit den standard techniken auf ultraschall potlove reaper wo immer wir halt sind manchmal remote manchmal zusammen das ist die besenkammer vom audi max der hu in berlin wo wir uns zusammengefunden haben um aufzunehmen genau den anderen den ganzen kram zur lage den habe ich schon erzählt kommen wir mal zu finanzierung also wir haben jetzt wie habe ich gesagt 70.000 irgendwas quietsch downloads bisschen mehr mal ein bisschen weniger ihr kennt das und wir haben jetzt an einnahmen aus spenden und abos bisher so im monat zwei zweieinhalb tausend euro das ist okay aber das deckt nicht die kosten und das reicht auch nicht um zu expandieren also wir haben einige spenden das kennt ihr viele haben daueraufträge eingerichtet da sind wir extrem dankbar weil dauerauftrag ist prima kriegt man 100 prozent von dem was er oder sie überweist das landet bei uns bitcoins glaube ich kam ein eine überweisung bisher und wir haben eben dieses abosystem eingerichtet dieses abosystem war mir besonders wichtig weil ich auch auf jeden fall vorhabe mit werbung finanzierung auszuprobieren und ich finde der mit abstand faireste deal bei werbung ist zu sagen okay mit werbung finanzieren wir content der für alle frei ist aber wer die werbung wirklich nicht mag und wer sie wirklich so unerträglich findet der hat halt die möglichkeit sich freizukaufen der kann halt ein paar euro einwerfen und ist ja die werbung los deswegen war es mir so wichtig weil ich das mit für alle werbefinanzierten modelle mit abstand den fairesten deal finde war es mir wichtig von anfang an dieses abo modell einzurichten und das haben wir relativ früh gemacht weil ich dachte dass es da sicherlich auch technische probleme gibt und das muss irgendwie laufen wenn es denn soweit ist und wir haben jetzt irgendwie 400 450 abonnenten das ist nicht unsere zahl das ist ein screenshot von der webseite wir machen das mit member full das ist ein dienstleister der eben solche abos anbietet und die damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden der support ist super das sind so zwei drei jungs die das machen und das hat ein bisschen war ein bisschen arbeit das einzubauen weil weil ich dieses küchenstudio mit einem wordpress multisite betreibe und mein ich halt wollte wenn ich schon ein aboding einrichte dann will ich halt dass die leute sich einloggen können die abonnenten und dass sie pro podcast mehrere feeds haben können also mp3 oder ac oder auch ein video meinetwegen und dass es eben mehrere podcast gibt das heißt es gibt am ende irgendwie 9 12 x feeds und jeder feed ist sozusagen ein unique feed also der hat einen eigenen token hinten und der ist personalisiert und wenn die leute das abo abbrechen oder kündigen dann wird halt auch dieser feed ungültig und so also das war nicht ganz trivial umzusetzen aber mit member full hat das eigentlich gut geklappt es gibt so ein paar kleine hiccups aber das sind wirklich so einmal im monat kann dann sich einer nicht einloggen und dann muss ich so einen doppelten eintrag aus der datenbank löschen also das ist wirklich nicht weiter schlimm wir zahlen da 25 euro im monat plus zwei prozent überweisungsgebühr das sprich also diese von diesen abo gebühren kommt natürlich längst nicht alles bei uns an und die abonnenten bekommen momentan auch noch nicht so wahnsinnig viel muss man ehrlich sagen weil es eben noch keine werbung gibt sie kriegen halt den live stream und sie kriegen die post also eine pre show manchmal quatschen wir so ein bisschen über technik und was halt so ein bisschen in unseren köpfen rumgeht außerhalb der politik das kriegen halt die abonnenten das ist noch nicht so wahnsinnig viel im kern ist es glaube ich auch das motiv vieler abonnenten einfach die lage unterstützen zu wollen ohne jetzt großen mehrwert zu bekommen so sieht das aus wenn abonnenten sich einloggen abonnentinnen da oben gibt es halt den live stream und hier gibt es halt die die feeds für die einzelnen podcast wie gesagt sind personalisiert sind sozusagen mit einem eigenen token jeder feed versehen ist das abo abgelaufen wird der token ungültig und es gibt keinen keine neuen keine neuen audios mehr über den feed so und dann haben wir am anfang auch gesagt hey wir wollen auf jeden fall so abo mal ausprobieren und wir wollen auch mal damit ausprobieren wie das ist inhalte anzubieten exklusiv für abonnenten so ich fand das war irgendwie eine ganz plausible sache weil ja pre show ist ja letztlich auch so ein exklusiv content für abonnenten und ich meine schließlich zahlen die auch fünf euro im monat und warum sollen die nicht auch mal audio bekommen was nur sie bekommen so also für mich war das irgendwie so war das ein no brainer dass man das mal machen kann und dann kam als kam halt diese sommerpause also wir haben halt außerhalb der sommerpause natürlich jede woche so ein ding produziert so eine lage und da hat sich bisher nie so richtig dass das weder zeitlich noch ressourcenmäßig und inhaltlich das ergeben dass wir da jetzt irgendwelche inhalte darüber hinaus produzieren und dann kam mal die sommerpause und dann habe ich gedacht ach komm mach mach doch mal ein paar interviews das hat sich jetzt so angehört das passt irgendwie dachte ich auch ganz gut in die lage wir haben so ein paar themen angerissen und da könnte man doch jetzt mal schön in so ein paar interviews das vertiefen so und dann haben wir also habe ich weil ulf im urlaub war habe ich drei interviews gemacht und mit axel friedrich einem umweltberater über diesen dieselskandal weil er ihn auch mit aufgedeckt hat mit peter altmayer dem damaligen oder heutigen noch kanzleramtsminister im bundeskanzleramt und mit den kindert so einer jungen aufstrebenden cdu frau die ich so ganz interessant fand und habe also diese interviews gemacht ihr kennt das alle vorbereiten verabreden treffen recherchieren naja so ein tag anderthalb ist das dann irgendwie schon mit produzieren und schneiden und veröffentlichen und habt ihr dann also reingestellt und dann haben wir uns gedacht machen wir doch mal ein experiment wie wir das über ankommt wie man das am besten so macht ihr habt es ja auch noch nie gemacht so und dann habe ich also das erste interview mit axel friedrich ist eine stunde und da habe ich gedacht ja das ist doch schön dann teilen wir das doch mal auf dann schneiden wir das in der hälfte durch ungefähr pi mal daumen nach 30 minuten kriegen das so alle und nach 30 minuten sage ich dann ja danke das war's ich habe das auch mal hier in einem audio klein in einem auto schnipps ist nicht so lange sind 30 sekunden ach so den hast du nicht mit kopiert okay also das war dann so sinngemäß axel friedrich sagt ja da könnte man noch die volvos elektrifizieren punkt und dann komme ich ja vielen dank das war's soweit zum interview mehr davon und auch die interessanteren teile eigentlich die kriegt ihr die kriegt ihr wenn ihr euch das plus abo klickt danke tschüss bis zum nächsten mal das echo war gemischt das echo war gemischt also das kam nicht so gut an das waren ein paar der kommentare nach diesem erst nach diesem axel friedrich ding also ihr habt ja wohl nicht mehr alle ihr habt doch beide jobs irgendwie schade ist in der paywall anfinde ich finde es müsste alles frei verfügbar sein und so und und da so also da ist natürlich das klassische problem von community management und der rezeption von kommentaren wie repräsentativ sind die das sind natürlich dann ein paar leute und die sind sehr laut in den kommentaren und wir haben ein paar tausend hörer und ja es haben sich auch einige gemeldet die sagen war doch völlig in ordnung ist so in ordnung mach doch mal mach doch mal aber natürlich ist es so wenn sich leute aufregen ist der impuls zu kommentieren natürlich um ein vielfaches größer als wenn sie sagen ja passt schon ist schon okay mach mal ist ja sonst alles okay also das das ist da also aufgeschlagen in den reaktionen war in den kommentaren war die reaktion sehr ablehnend gleichzeitig muss man sagen nach diesem interview hatten wir 30 prozent mehr abos so das gehört irgendwie auch zur wahrheit ja und dann haben wir uns aber also das hat mich erstmal überrascht weil ich damit nicht gerechnet ich habe wir haben das angekündigt und so und ich glaube mein learning aus diesem ersten ding war dann aber es war maximal schlecht verkauft ja also das war so hingerotzt ich habe es mir selber angehört abends im bett und dachte selber so schon zu ende ach wie was ach plus ach ja stimmt richtig kam jetzt aber ganz schön überraschend also da kann ich mir schon vorstellen dass hörer da echt sagen wir mal sich und hörerinnen auf die füße getreten fühlten also das habe ich sozusagen auch am anfang nicht angekündigt also man hätte es mindestens am anfang ankündigen müssen so im intro so nach dem motto dieses ein halb stunde und es gibt noch mehr im plus und so und am ende das so ein bisschen weicher abfangen also da sind so ganz feine auch haptisch ästhetisch akustische signale glaube ich sehr wertvoll um sowas zu machen aber wie gesagt von diesem anspruch wir hatten über wir hatten über 60 folgen anderthalb stunden jede woche politik podcast frei für alle ins netz gestellt ja und dann kommen wir und sagen es ist auch die erste halbe stunde ist frei und dann gibt es eine halbe stunde die erste halbe stunde überhaupt in diesem ganzen projekt ja die nur für abonnenten und abonnenten zuständig war und dann kommt sowas so habt sie nicht auch alle das soll für alles frei sein und so also da war ich schon so ein bisschen überrascht von dieser anspruchshaltung es muss alles umsonst sein so das habe ich erstmal so okay dann aber es ist ein experiment dann machen wir doch die machen wir die zweite folge machen wir ein bisschen anders da haben wir dann habe ich das a mich ein bisschen entschuldigt also nicht ein bisschen sondern ich habe mich entschuldigt für diese für diese schlechte verkaufe und für dieses merkwürdige präsentation und das zweite interview mit peter altmaier haben wir dann zu glaube ich ungefähr 75 prozent für alle reingestellt und nur die letzten 10 15 minuten für die abonnenten da war die reaktion dann schon sagen wir mal gegenmäßig da da kam dann nicht mehr so ein gegenwind und diana kindert haben wir komplett für alle reingestellt so und da kam dann natürlich auch nochmal konstruktives feedback wie im sinne von ja finden wir ganz okay erstmal für die abonnenten aber vielleicht könnte das dann ja auch später nach einer gewissen zeit für alle reinstellen finde ich ein vorschlag kann man finde ich legitim kann man machen aber was ich sozusagen aus diesem projekt was wir daraus jetzt gelernt haben ist dass wir dass wir das erst mal nicht mehr machen weil a der aufwand für also es ist halt ja bonus content aber eben auch bonus content also man muss ihn halt auch machen ja und diese drei interviews das hat schon auch zeit gekostet und da jetzt einfach so nur für die abonnenten loszugehen und das zu machen also dann mit so einem gegenwind und so einem schlechten echo also viele haben sogar gefordert wir sollen es nur für die abonnenten reinstellen also das war zum beispiel auch nur überraschender vorschlag ich jetzt gesagt hätte okay wir machen die drei interviews und dann sagen in den sommerferien okay nur für die abonnenten haben wir nochmal drei interviews und von denen interviews kriegen alle anderen nichts mit das waren ernsthafte vorschläge wo ich mich dann auch gewundert habe das ist euer alternativvorschlag zu halbe stunde frei und halbe stunde für abonnenten dann lieber alles für abonnenten damit euch nicht der mund wässrig gemacht wird also das waren reaktionen die konnte ich irgendwie nicht so richtig deuten aber unsere lehre ist daraus also es ist aufwand diesen bonus content herstellen der mehrwert ist da also wie gesagt bei den anderen interviews also ich fand das erste mit abstand das gelungenste die anderen beiden waren eher so unterdurchschnittlich und da waren dann auch sagen wir mal die buchung oder die die abo zuwachs überschaubar aber beim ersten wo sozusagen auch das meiste für plus premium war war auch der größte abo zuwachs trotzdem haben wir uns erstmal gedacht okay also der gegenwind war schon erheblich das feedback war nicht unbedingt gut und die mehrarbeit ist halt auch erheblich und wir verbuchen das erstmal als erfahrung und warten mal ab und überlegen uns mal was wir damit in zukunft anfangen so jetzt gibt es aber natürlich haben wir die ziele das habe ich am anfang ja gesagt wir wollen die lage so wie sie ist ist sie ganz gut aber da kann man natürlich unendlich viel besser machen also wir können mehr recherchieren die wir können weniger fehler machen wir können mehr eigene themen setzen die wir für wichtig halten wo man dann aber auch selber recherchieren muss und nicht mehr nur einfach rezipieren kann was in den medien passiert und wir wollen halt oder ich mir schwebt halt auch vor vielleicht andere formate um die lage herum zu machen die dann nochmal elemente und themen aufnehmen die in der lage vorgekommen sind wie zum beispiel interviews oder wie zum beispiel reportagen wo man bestimmte themen die in der lage angerissen wurden nochmal mit reportagen vertieft so um all das zu machen sozusagen um irgendwie zu wachsen brauchen wir mehr geld als diese zwei zweieinhalb tausend euro im monat ich denke um das um so ein projekt wirklich nachhaltig zu finanzieren und die leute gut zu bezahlen und wirklich auch auf einer soliden basis auch andere sachen dafür absagen zu können braucht man bestimmt zwei bis dreimal so viel und deswegen und das habe ich auch am anfang von anfang an gesagt haben wir uns entschlossen auch mal werbung auszuprobieren jetzt sind wir haben wir einen vertrag geschlossen mit der ass das ist eine agentur die 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 ad hörfunk sender vermarktet wie das immer so heißt also wenn jemand weiß ich nicht bei eins live oder so werbung schalten will dann geht da über diese leute und wir haben uns mit denen haben die angefragt uns mit denen getroffen und lange geredet und ich habe ein sehr gutes gefühl weil die halt wissen dass sie uns nicht in die inhalte reinquatschen können dass die firmen nicht in die inhalte reinquatschen dürfen und ich habe bei denen das gute gefühl dass wir dem ideal was eigentlich journalistisch ja gesetzt ist nämlich der trennung von redaktion und anzeigen mit den leuten sag mal für podcast verhältnisse relativ nahe kommen im idealfall ist es ja so dass es eine anzeigungsabteilung gibt die macht die anzeigen und es gibt eine redaktion die macht den inhalt und beide haben eigentlich nichts miteinander zu tun damit es keinen einfluss gibt so das ist bei podcast bei so einer finanzierungsgrundlage und zum personal kaum umzusetzen aber hier sagen wir mal bewegen wir uns ein bisschen in die richtung weil die leute das verstanden haben weil ich das gesagt habe wie wir uns das vorstellen und was nicht geht und wir haben also nie kontakt mit irgendwelchen firmen oder so sondern wir reden halt mit ein zwei leuten bei denen und das ist sozusagen unser puffer und um sozusagen sagen wir mal den einflussmöglichkeiten der firmen auf die inhalte zu minimieren noch gibt es keine werbung wir haben den vertrag mal sehen wann da was kommt keine ahnung ja müssen wir mal sehen wir haben im rahmen dieser zusammenarbeit eine umfrage gemacht wo 2000 leute mitgemacht haben und da wurde eben unter anderem kann man jetzt hier ein bisschen schlecht lesen auch als letztes gefragt so gibt es diese aussage ich bin aufgeschlossen für werbung bei der lage weil ich dadurch hochwertige inhalte kostenlos oder kostenfrei erhalte da haben 45 prozent zustimmung signalisiert 26 prozent haben gesagt nur ist mir egal und 29 prozent das ist ja ein bisschen unter einem drittel man kann jetzt sagen über zwei drittel haben gesagt ja mach mal und ich würde behaupten dieses letzte drittel ich kann den reflex verstehen aber wir planen ja keine banner werbung die malware verbreitet die leute trackt ja was wir was wir uns vorstellen ist und was worüber wir mit dieser agentur reden ist 30 sekunden nach der einführung so hallo herzlich willkommen ist die lage philip ulf bla das sind die themen dann kommen 30 sekunden 45 sekunden irgendwie werbung und dann gibt es nach einer stunde 15 minuten vor dem verabschiedung gibt es nochmal 30 bis 45 sekunden werbung und das ist kein tracking das ist kein spam das ist kein malware das ist einfach so und da würde ich behaupten also ich kann damit leben und zumal wenn es ein angebot gibt wenn euch das so sehr nervt wenn es die hörer hören so sehr nervt dass das wirklich nicht zu ertragen ist und dann gibt es die möglichkeit sich ein abo zu klicken und man ist auch diese werbung los und wenn es mit der werbung klappt glaube ich dann haben wir gleichzeitig eine finanzielle grundlage um wirklich und das wird man merken die lage wirklich erheblich besser zu machen und insofern bin ich da auf jeden fall gewillt das mal auszuprobieren das heißt nicht dass wir das jetzt dass das allein selig machende instrument ist aber ich bin da optimistisch und bin eigentlich froh dass es jetzt auch in deutschland zu diesen ganzen anderen finanzierungsmöglichkeiten und spenden und flatter und patron und daddy und wir kennen es alle eben auch sich jetzt so ein markt entwickelt wo man ein bisschen werbung machen kann und das ist und wird für viele glaube ich eine wichtige einkommensquelle sein um podcasts zu finanzieren das soll es erstmal gewesen sein von meiner seite wenn ihr fragen habt wäre jetzt die gelegenheit feedback ist auch willkommen vielen vielen dank vielleicht kurze rückwendung von mir es wird vielleicht dem einen oder der anderen hier im raum auch so gehen manchmal erinnert man sich an einzelne podcast folgen wann und wie im leben man sie gehört hat ich werde mich glaube ich immer erinnern an diese lage wo plötzlich nach 30 minuten ist was du eben beschrieben hast ich lief also wirklich durch den prenslauer berg und das hallo was wo wo ist jetzt hier der rest wo geht es jetzt hier weiter und teil der irritation war auch dass ich in dem moment natürlich überhaupt keine handhabe hatte selbst wenn ich gewollt hätte an die andere hälfte ranzukommen das heißt also natürlich ist dann auch die rezeptionssituation ich hatte nämlich die andere lage vorher nicht gehört und war also unvorbereitet in der situation und war wirklich maximal verstört was jetzt zu tun ist das kann ich schon nachvollziehen eine inhaltliche frage dieses ass als partner du hast gesagt dass es quasi so aus dem schwimmt eigentlich so im fahrwasser des öffentlich-rechtlichen rundfunks wie würdest du die chancen einschätzen jetzt für einen doch einigermaßen mittelerfolgreichen feldwald und wiesen podcast wie sie es hier zu hau vertreten sind auf der konferenz auch an einen solchen werbepartner ranzukommen oder würdest du sagen okay das ist jetzt schon euer spezial vitamin b was ihr einfach auch aus eurem journalistischen hintergrund habt und normal sterbliche podcasterin kommen da eigentlich nicht dran an so einen deal das würde ich nicht sagen das hat mit vitamin b nicht zu tun ich kenne die nicht ich kannte die nicht ich habe denen eine mail geschickt und dann sind wir da irgendwie ins gespräch gekommen sagen wir mal so ein paar downloads helfen natürlich weil die schon auch sehr sehr viel arbeit da reinstecken also das war mir vorher auch nicht so klar aber die stecken schon auch echt eine menge stunden und arbeit und so da rein und klar die arbeit ist die gleiche für weiß ich nicht 50 60 70 tausend downloads wie für zwei drei viertausend downloads und natürlich sind sie erstmal daran interessiert natürlich da 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 möglichst leute zu haben die ein bisschen mehr paar mehr downloads haben aber sie sind eben auch nicht die einzigen im markt also dieser werbemarkt der entwickelt sich ja und es gibt jetzt im im prinzip diese drei player ass rocket rockstar marketing und rms oder sowas heißen die und die verfolgen alle komplett unterschiedliche strategien also rms glaube ich die versuchen einfach podcast zu nehmen zu akquirieren und ihnen automatisiert spots vor die podcast zu kleben für für glaube ich sowas wie fünf euro tkp also tausend hörer gibt fünf euro so würde ich nicht machen nie und nimmer und never ever also eher mache ich noch so ein paar friedrich interviews und lasse jetzt eine hälfte abreißen aber aber so das ist halt eine das ist halt eine sache aber dieser markt entwickelt sich und es ist noch nichts automatisiert die haben überhaupt noch keine effizienzgewinne da ist noch gar nichts wo sie was vorne reinschmeißen und es kommt hinten raus und es ist irgendwie so ein skalierungseffekt das ist alles komplette handarbeit und deswegen also die sind total nett und denen kann man eine e-mail schicken aber es hilft wenn man ein paar mehr downloads hat sagen muss man so okay jetzt aber fragen aus dem plenum ja moin mich würde die technische seite interessieren also asns gibt es ein paar firmen die ausschließlich da werben wird es so sein dass bei euch dann normale radio spots laufen also hören wir dann lecker 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 in der lage oder sind es halt spots werbebotschaften die ihr selber einbringt und wie wird das verteilt ähm letzteres also das nennt sich die nennen das natives und native bedeutet man trennt es ab man sagt ganz klar klingelingeling werbung sponsoring völlig klar und dann gibt es einen text der mehr oder weniger konkret ausgearbeitet ist oder man hat so ein paar talking points die man erwähnt die ich vortrage da bin ich auch mal sehr gespannt drauf wie das funktioniert also ist auch für mich ein experiment ich weiß es nicht ich habe es noch nie gemacht wir hatten es noch nie möglicherweise also eingewöhnung wird es sicher brauchen es wird sicherlich ein bisschen übungen auch brauchen eine rolle zu finden dass das irgendwie nicht cheesy ist und so ähm aber so ist das eben bei experimenten aber es ist auch ganz klar ich werde niemanden belügen also wenn ich wenn ich sage ich habe es probiert und ich finde es gut dann ist das so und äh wenn ich es nicht sage dann ist es halt nicht so aber es ist klar es ist werbung ja und wir sind dafür bezahlt aber es wird in erster linie sowas sein wie hey wir sind gesponsert von xy die haben was neues bla guck doch mal hier vorbei so danke für die unterstützung sowas in der richtung gutes sein ja auch noch mal zu der szene hallo noch mal zu der szene wo wo du gesagt hast es ist jetzt hier zu ende bitte die lange version ich glaube das problem daran war dass das ein wirklich spannender das thema gerade war wo zu dem zeitpunkt in fast allen anderen medien nichts darüber gebracht wurde das heißt also ich weiß noch ich du hast das assimiliert die diesen podcast das ja geil spannend das war wirklich so wo du sagst geil endlich mal piekst einer so da rein und dann war das glaube ich so schlimm wenn das jetzt wieder das dritte interview mit einem politiker gewesen wäre zum ende des wahlkampfs jetzt gesagt ja okay skip nehmen wir halt den nächsten ich glaube das war noch ein punkt der das dann so besonders ärgerlich gemacht hat der zweite punkt weil erstmal ich mag natürlich total euren podcast es gab eine szene da dachte ich so oh gott oh gott wohin geht denn da die reise und das war als ulf sagte im übrigen bin ich jetzt spd-mitglied ne das dachte ich auch und ich und ich fand warum weil man ja nicht genau weiß irgendwie was spielen da noch für andere sachen mit und da wollte ich einfach mal ein feedback geben dass sozusagen die folgen danach einem das gefühl gegeben haben dass er versucht ausgewogene kritik in dem bereich auch anzubringen aber das fand ich am anfang erst mal komisch als das mit der partei da rein kam ja fand ich auch ja also habe ich auch habe ich ulf habe ich ulf auch gesagt und haben wir auch in der lage gesagt also ich bin der meinung journalisten sollten gar nirgendwo irgendwie mitglied sein schon gar nicht in irgendeiner partei oder irgendwie aber ich kann es ihm halt nicht vorschreiben er sieht sich halt nicht als journalist und das minimum war das transparent zu machen und jetzt wissen es alle und punkt ja ich kann das aus vermarkter sicht auch nur noch mal bestätigen dass man also wir vermarkten du warst ja gestern nicht da wir arbeiten halt mit pizmi zusammen und radio nukular und vegan queens etc und es ist schon so dass rms und ass haben ja eine ganz andere zielstellung und wenn so wie wir wir reden halt mit unternehmen da geht es halt im rahmen von den kampagnen geht es halt um kritische reichweiten ich würde es auch für für kleinere downloadzahlen nicht ausschließen dass man auf dem wege eben sich monetarisieren kann nur halt hilft die reichweite nachher schon um größere tickets für sich selber zu generieren also da kann man glaube ich als kleinerer podcast mit patreon und überspenden und daueraufträge kann man glaube ich ganz gut starten das ist so der eindruck aber wir haben halt auch diese native reichweiten starke zielstellung einfach wir sind von verbal you also wir sind einer von du du kennst uns noch nicht da müssen wir da müssen wir glaube ich noch ein bisschen mehr an an der bewerbung von uns arbeiten aber also ich kann uns am ehesten vergleichen mit den pot stars von omr die haben ja auch diese native zielstellung und wir arbeiten eben nicht mit diesen ja diesen tkps von fünf euro um fertige slots einzubuchen so zwei fragen haben wir noch als zeit dann müssen wir eine kurze pause gehen wo ich das foto da sehe lage der nation live könntest du dazu ein paar worte verlieren was ist das für ein aufwand für euch was bringt euch das macht das spaß die live die live events genau okay ja also für die die es nicht wissen wir machen so vielleicht zwei drei mal im jahr lose reihenfolge ein bisschen nach lust und laune lage live also bisher in der wikimedia demnächst an einem anderen ort mit sagen wir mal zuletzt 100 gästen und so ein live podcast also sitzen auf der bühne und machen unseren podcast und hinterher gibt es getränke und also für uns macht das großen spaß das wirft jetzt nicht viel geld ab oder so da bleiben pro lage zwei dreihundert euro hängen oder so deswegen machen wir das nicht sondern es ist einfach wie familientreffen geworden also das ist so da kommen die leute jetzt auch regelmäßig wir haben das jetzt drei vier mal gemacht und paar waren schon immer da und dann trifft sich da und schnackt ein bisschen und trinken bierchen und und kriegt aber auch input also feedback was ist doof was ist gut es kommen leute melden sich und sagen hier ich bin übrigens xy ja vielleicht können wir uns mal unterhalten da kommt man an an themen an infos die man so über mail und twitter irgendwie nicht bekommt sondern nur in so einem persönlichen gespräch also und der aufwand war ist extrem gering eigentlich also durch die wikimedia also der verein der die unter anderem die wikipedia in deutschland betreibt haben so ein headquarter in tempelhofer damm in berlin und die haben so einen raum der ist irgendwie so ein bisschen so groß wie der hier und daher weiß ich nicht komm komm hier hin stöpseln mein ding an und dann ist das über die pa und dann halbe stunde später kann man senden also der und und aufnehmen der aufwand ist ziemlich gering das ticketing machen wir über über eventbrite heißt das glaube ich das ist alles irgendwie na klar mit anmeldung und ne daten und gebühren und so aber hält halt den aufwand gering und kann man dann ein zwei leute an eingang stellen die scannen die tickets mit dem smartphone und das ist also das ist nicht viel aufwand das das kann man eigentlich jederzeit überall machen wenn man irgendwie eine art von beschallung irgendwo vorfindet das ist manchmal so ein bisschen kompliziert aber wenn die da ist kann man das schnell machen und kann ich jedem nur empfehlen macht total spaß macht auch mit zehn leuten spaß die kommen so ja habe ich das von richtig gesehen habt irgendwie so exklusiv zeug ja auch für die abonnenten irgendwie sowas mit livestream und kapitelmarken habe ich das richtig gelesen aus dieser übersicht genau kapitelmarken gibt es für alle also da haben wir am anfang auch gedacht weil wir damit angefangen hatten die für alle zu machen haben wir auch erst überlegt sollen das jetzt allen wegnehmen und nur den abonnenten das geben davon haben wir abgesehen weil das blöd ist okay aber der live stream ist nur für die abonnenten sowie also habt ihr da irgendwie ein feedback wie wichtig das für die leute ist also sozusagen würden die auch die fünf euro im monat zahlen wenn sie da einfach gar nichts zusätzlich für kriegen oder ist es super wichtig dass die sowas haben so exklusiv sagen wir mal so da der live stream in den letzten drei folgen nicht funktioniert hat und sich original zero leute beschwert haben vermute ich dass es nicht so furchtbar wichtig ist also der 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 nein ich also allen was ich so ein feedback bekommen mal was wir so ein feedback bekommen haben über mail über persönliche rücksprache war der lage live über twitter ist das wirklich dieses aboding nennen wir wollen die lage unterstützen so das ist da gibt mag es ein paar andere geben die das irgendwie noch die da gab es dann einmal der gesagt hat die pre-show ist super deswegen mache ich das oder so da aber die pre-show machen wir auch nur alle jedes zweite mal für zwei minuten oder so ja also ich glaube das ist einfach ein element wo die leute sagen wir wollen euch unterstützen und für viele ist es vielleicht einfacher dass sich quasi so zu klicken oder ein bisschen strukturierter man kriegt eine rechnung und so als ein dauerauftrag einzurichten oder so vielleicht ist es ein anderer workflow fällt einigen bisschen leichter sich dieses abo zu klicken oder sie haben irgendwie so ein bisschen das gefühl ich bin jetzt auch abonnent abonnentin oder so aber diese prämium inhalte ja einerseits sind sie nicht so wichtig aber andererseits bei dem friedrich interview sind dann halt die abozahlen um 30 prozent hochgegangen also ich glaube wenn du dann wirklich was bietet was wirklich gut und wirklich interessant ist dann 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 wirkt sich das auch aus so okay also ich bin noch hier ich hänge hier rum wenn ihr fragen habt oder so oder feedback können wir gerne quatschen vielen dank ich finde ja in podcast kann generell sehr sehr viel experimentiert werden und sollte vielmehr experimentiert werden und man kann eigentlich fast alles ausprobieren solange man es einfach nur transparent macht und gut darüber redet warum man es wie macht und da finde ich das sehr sehr vorbildlich wie er dann jeweils in der lage damit umgeht vielen dank für deinen talk hier philipp banse